Hallo und ganz herzlich willkommen bei Cybersoft. Heute geht es mal um das Thema Partitionierung von Festplatten und zwar die ganz einfache Partitionierung. Wir haben einfach nur eine unpartitionierte neue Festplatte oder es könnte auch eine neue SSD sein und aus dieser wollen wir jetzt zwei Partitionen erstellen. Ich möchte das Ganze jetzt hier einfach mal mit der Datenträgerverwaltung von Windows 10 zeigen, ohne dass wir irgendwelche anderen externen Anwendungen hier benötigen. Fangen wir damit an, dass wir die Festplatte jetzt bei uns schon eingebaut haben, beziehungsweise wenn es eine USB-Festplatte ist, dann ist die bereits angesteckt. Und jetzt starten wir uns die Datenträgerverwaltung, indem wir hier auf den Startknopf mit der rechten Maustaste drücken und dann hier die Datenträgerverwaltung aufrufen. Wenn der Datenträger jetzt schon angesteckt ist oder angeschlossen ist, begrüßt uns hier die Datenträgerverwaltung schon mit der Datenträgerinitalisierung. Und wir haben hier den Datenträger 1, das ist jetzt die neue Festplatte, die ich angesteckt habe. Und hier unten können wir jetzt auswählen, ob wir MBR oder GPT als Partitionsschema hier verwenden wollen. Für ältere PCs ist sicherlich MBR das Mittel der Wahl, aber wenn wir uns an neueren Rechnern mit neueren Datenträgern befinden, dann sollten wir hier GPT auswählen. Das mache ich auch, also GPT und wir drücken einfach unten auf OK. Ich mache jetzt mal die Datenträgerverwaltung hier etwas größer. Wir haben jetzt hier Datenträger 0, das ist mein Windows-Betriebssystem hier mit dem Laufwerk C. Und hier unten Datenträger 1 mit unserem leeren Datenträger. Eine neue Partition können wir jetzt ganz einfach erstellen, indem wir mit der rechten Maustaste auf den schwarzen Bereich hier klicken und dann neues, einfaches Volumen auswählen. Dann gehen wir hier unten einfach auf Weiter, können jetzt hier die Größe des Volumens auswählen. Wir haben jetzt hier eine 120 Gigabyte Festplatte oder SSD. Wir machen also hier mal zweimal ungefähr 60 Gigabyte. Gehen wir also hier mal 60.000 Megabytes ein, gehen hier unten auf Weiter. Hier können wir jetzt den Laufwerksbuchstaben zuweisen, das ist im Grunde genommen egal. Ich nenne jetzt hier einfach mal des E, das ist schon vorgegeben. Gehen wir auf Weiter. Hier haben wir nun das Dateisystem. In meinem Beispiel hier ist das NTSF. Das sollte auch so belassen werden. XFAT, das macht in wenigen Sachen Sinn. Besonders bei kleineren Datenträgern wie etwa USB-Sticks. Wenn ihr größere Sachen verwendet wie externe Festplatten, dann sollte hier NTSF ausgewählt sein. Hier unten können wir jetzt noch das Ganze bezeichnen. Ich lasse das Ganze hier einfach bei Volumen. Wir könnten dem aber auch einen Namen geben. Na gut, wir können auch einfach mal Daten reinschreiben. Oder Daten 1. Jetzt haben wir hier noch die Komprimierung. Die lasse ich weg und schnell formatieren. Das lasse ich drin. Sonst dauert die Formatierung hier erheblich länger. Gehen wir hier auf Weiter. Fertigstellen. Und schon haben wir die erste Partition hier erstellt. Und genauso geht es mit der zweiten Partition. Also wieder rechte Maustaste. Neues Volumen erstellen. Weiter. Jetzt haben wir hier schon die Größe vorgegeben. Das ist der Restspeicherplatz, der uns hier zur Verfügung noch steht. Gehen wir wieder auf Weiter. Wieder Laufwerksbuchstaben zuweisen. Okay. Weiter. NTSF und Volumen. Ich nenne das Ganze Daten 2. Wieder unten auf Weiter. Fertigstellen. Und das war es auch schon. Damit haben wir jetzt diese Festplatte hier partitioniert. Und wenn wir jetzt einfach mal in unseren Arbeitsplatz gucken, beziehungsweise dieser PC heißt er jetzt. Ich bin immer noch bei Windows XP. Haben wir hier unsere beiden Partitionen. Einmal E und einmal F. Damit ist das Ganze hier erfolgreich partitioniert. Wollen wir jetzt die beiden Partitionen wieder löschen, sollten wir uns vorher natürlich überlegen, dass dem Ganzen auch Datenverlust mit einhergeht. Das heißt, wir sollten unsere Daten vorher sichern. Und genauso wie wir die Partitionen angelegt haben, können wir sie auch wieder löschen. Das geht recht einfach. Wir klicken hier drauf und dann einfach hier Volumen löschen. Ja. Und hier ebenfalls Volumen löschen. Wir könnten jetzt auch das Ganze hier vergrößern und verkleinern. Ich lösche das Ganze hier wieder. Und wir sind wieder im Ausgangsmodus und können jetzt hier zum Beispiel drei oder vier Partitionen anlegen. Ja, weiter möchte ich hier auf das Thema Partitionierung nicht weiter eingehen. Das ist die einfachste Möglichkeit, Festplatten zu partitionieren und zu verkleinern, zu vergrößern, Partitionen zu verkleinern, zu vergrößern. Das geht hier am einfachsten mit der Datenrecherverwaltung von Windows. Wir benötigen da kein anderes Programm dafür. Und das funktioniert auch sowohl mit internen, als auch mit externen Festplatten, SSDs und was es da noch so alles gibt. Es gibt noch die Kommandozeilen-Variante. Das ist Diskpart. Da haben wir auch schon zusammen mitgearbeitet. Aber hier, das ist eine schöne Sache, um das Ganze hier grafisch zu bearbeiten und zu verwalten. Ja, das war es dazu. Ich bedanke mich für das Zuschauen und wünsche euch wie immer einen schönen Tag. Macht's gut. Tschüss. Hey, vielen Dank, dass du dir das Video hier bis zum Ende angeschaut hast. Wenn dir das Video gefallen hat, dann gib dem Video doch bitte einen Like oder unseren Kanal ein Abo. Beachtet doch bitte unsere rechtlichen Hinweise, dass alles, was in diesen Videos hier passiert, auf eigene Gefahr geschieht. Jeden Dienstag und jeden Donnerstag gibt es hier auf unserem Kanal ein neues Video rund um die Welt der IT. Jeden Dienstag und 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 Untertitelung des ZDF, 2020